Heute habe ich einen speziellen Gast und diesen Gast habe ich seit meiner Kindheit, also seitdem ich 15 war, gekannt, aber nie gesehen. Er war immer vor mir im Studio oder anderen Studios als ich trainiert habe. Ich wusste wer er ist, weil er für mich auch in der Zeit ein Vorbild war. Ich war 15 und derzeit war er schon brutal gebaut und das ist der Gerhard Fischer. Hi Gerhard. Hallo. Gerhard ist dann irgendwann hier aufgetaucht, weil er gehört hat, dass wir irgendwann schließen, weil er auch seine Karriere hier begonnen hat. Also viele Münchner Bodybuilder haben ähnliche Schicksale oder einen ähnlichen Verlauf, dass die mal hier in diesem Studio mal gelandet sind, weil das eben einer der ältesten Fitnessstudios in München ist, oder? Vor allem Bodybuilding Studios. Also eigentlich sind alle erfolgreichen Athleten, die wirklich von München kommen, sind aus diesem Studio herausgewachsen. Also das sagt schon was, Freunde, weil der Besitzer damals, selber, Antonio Trovato, auch von hier schöne Grüße an ihm, wenn ihr überhaupt mal schaut. Wenn ihr uns hört, oder? Genau. Er war ein phänomenaler Athlet und ein super Mensch mit seinem Humor und so weiter hat er jeden zum Lachen gebracht und natürlich auch im Bodybuilding hat er uns natürlich auch geholfen, dass wir noch erfolgreicher sind, als wir sind. Und die Philosophie von ihm war für uns sehr, sehr interessant. Er hat eine Art gegeben, er hat nicht viel gelobt, aber er wusste auch, wann er was sagen musste oder sollte. Im Endeffekt war, also diese Studie hier, hier in München, war eigentlich eine Weiterführung der früheren Schillerstraße. Also es gab früher diese Schillerstraße, das war das berühmteste Studie in München, das war auch diese Studie, aus dem Arnold herausgewachsen ist. Das war das Studio, in dem Arnold in seiner Münchner Zeit trainiert hat. Die Studie ist dann gewechselt in die Blumenstraße, dann gab es längere Zeit die Blumenstraße, das war am Fiktualienmarkt. Und dann kam schließlich hier diese Ehrengutstraße, das Trovato übernommen hat. Und Trovato war einer dieser Altbodybuilder, die noch aus den 60 und 70 Jahren herausgewachsen sind. Und ich hatte damals dieses Glück, mit damals 15, in dieses Studio zu kommen. Ich kam eigentlich aus dem Kampfsport, kam in dieses Studio herein, um mich nochmal zu verbessern. Und es gab es in dieser Zeit, das war, wie gesagt, das war schon sehr lange her, und es gab in dieser Zeit nur vier Studios in München. Es gab hier dieses Studio, und das war eigentlich diese Weiterführung, wie gesagt, von Schillerstraße und Bogenstraße. Und dann gab es noch ein typisches Kommerzstudio, das war damals Hollaner in der Sonnenstraße, dann gab es ein Gewichtheberstudio, das war in der Perlach draußen, das war das AC Bayern Bahn, das gibt es heute Nacht, das hatte damals Weibler geführt, Dieter Weibler. Und dann gab es noch ein kleines Zimmer, ein Ladenstudio, das wo damals Reichen hinterführt. Das waren alle vier Studios, die es früher gab, und heute gibt es ja schon. Das heißt, es gibt ja im Münchner Umfeld diese 240 Studios. Ja, genau. Das ist eine ganz andere Zeichnung, aber dieses Studio ist das traditionelle Münchner Bodybuilding-Studio. Und es gab eigentlich kein Münchner-Studio, aus dem mehr Athleten herausgewachsen sind, wie aus diesem Studio. Alle Münchnergrößen sind herausgewachsen aus diesem Studio. Genau, das ist für uns eine Ehre. Wir wollten eigentlich nicht über Studios reden, aber er hat... Nein, nein, das stimmt. Der Studium ist sehr gut formuliert. Und er hat gesagt, dass eben in München das immer ein Institut war und immer noch ein Institut ist. Gerhard, jetzt zu dir. Du warst ja einer der größten Hoffnungstalente in Deutschland. Nicht in München, sondern in Deutschland. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das habe ich nicht erfunden, sondern das ist Tatsache. Wie war denn deine Werdegang? Ich bin eigentlich gekommen, ich bin gar nicht so weit gekommen. Ich habe eigentlich die letzte Meisterschaft, in der ich mitgemacht habe, das war mit 20, habe ich den letzten Wettkampf mitgemacht, da bin ich angetreten gegen Möller. Da bin ich damals... Ralf Möller, Freunde, wenn Möller heißt, Ralf Möller, der jetzt... Da bin ich damals mit 20, noch als Junior, bin ich in der Männerklasse gestartet, habe den Klassensieg gemacht. Und dann habe ich dann gegen Möller, der in hervorragender Form war, habe ich den Gesamtsieg nicht geschafft. Ein Jahr vorher war ich Deutscher Meister Gesamtsieger bei den Junioren. Und ich war meines Wissens, war ich der einzige Junior in der Geschichte der Deutschen Meisterschaft und der als Junior, noch Junior mit 20. Ich habe gesagt, ich habe mit 15 angefangen, ich habe mit 20 gerade immer 5 Jahre trainiert. Und ich bin gegen Athleten angetreten, die 18, 12, 15 Jahre trainiert habe. Und ich bin meines Wissens der einzige Athlet, der als Junior bei den Männern angetreten ist. Ich weiß es nicht, vielleicht kann mich dabei verbessern, aber meines Wissens gibt es da niemand. Ich habe mal mit Erich Jana darüber gesprochen und er hat gesagt, nein, du bist der einzige, der wirklich Senior bei den Männern gestartet. Das ist auch erfolgreich. Das ist sehr, sehr erfolgreich, wenn man, wie er gesagt hat, nur 5 Jahre trainiert und die anderen 10 bis 15 Jahre trainiert. Das ist schon ein riesen Unterschied. Okay, Herr Heilhardt, wir können das irgendwann in den nächsten Folgen noch mehr vorstellen. Ich möchte heute mehr über Bodybuilding wissen von dir und deswegen, was ist der Unterschied zwischen Bodybuilding und Gewichtheben? Weil ich erkenne immer wieder, dass im Studios viele Menschen Gewichtheben machen, aber wie Bodybuilder aussehen wollen. Was ist deine Sicht in diese Richtung? Wie siehst du die Sache? Sind die Gewichte wirklich so wichtig oder ist das eher, wenn man Bodybuilding macht, dass man Muskeln als Element hernimmt, nicht das Gewicht? Bodybuilding und Gewichtheben sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Wir gehen ja nach da nach oben, dann kann ich das kurz mal an Gewichten demonstrieren. Wir machen ein paar Übungen durch, gehen ein paar Übungen durch. Die Sache ist die, ein Gewicht zu heben ist etwas vollkommen grundlegend anderes, wenn ich Bodybuilding mache. Ein Bodybuilder hebt keine Gewichte, sondern er benutzt Gewichte als Medium, um seinen Körper zu formen. Also zwischen Bodybuilding und Gewichtheben besteht ein riesiger Unterschied. Ich kann mich noch erinnern, ein alter Schüler von mir, das war Alfio, der auch mittlerweile sehr bekannt wurde. Das war in der Zeit, wo er noch aus Münzer lebte, der war damals der Nachfolger als Trainer im Leistungszentrum Pertuse. Und die haben zusammen trainiert, mein früherer Schüler und Andi Münzer. Und da sagte damals Alfio, schau, ich mache die Übungen schwerer, ja, wie Andi. Und ich schaute ihm zu und ich sagte, aber eines hast du immer noch nicht begriffen, du hebst Gewichte und Andi macht Bodybuilding. Also Bodybuilding, du brauchst, du brauchst zum Bodybuilding brauchst du Widerstand. Aber Bodybuilding ist die Kunst für sich, wie ich meine Muskeln bewusst mit diesem Medium Gewicht, Zeitzeugzeugmaschinen wie immer, oder eigenem Körpergewicht, bewusst formen. Also ein Bodybuilder arbeitet mit einer Modulationsspannung, so kann man das nennen. Er moduliert, bevor er hergeht und ein Gewicht hebt, geht er her und moduliert den Muskel in der Spannung. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn zu mir einer sagt, sparen wir den Bizeps an, dann sieht das so aus. Jetzt habe ich den Bizeps zusammengestellt. Wenn ich mit dem Trizeps nicht dagegen halte, kann ich den Bizeps ja gar nicht anspannen. Um hier anzuspannen, um Spannung reinzukommen, muss ich hier dagegen halten. Jetzt kann ich hergehen und kann die Muskeln in einer bestimmten Art und Weise drehen, innerlich spüren und kann in dieser Bewegung mit einer Gewichtsführung, kann ich die Bewegung ausführen. Wenn es noch dazu kommt, dass ich lerne, die Muskeln im richtigen Moment aufzumachen, zu schließen, auszudienen und so weiter, dann fangen wir an, ein Modulationstraining mit Gewichten zu machen. Aus Beispiel, ich könnte hierher gehen und könnte locker noch 200 Kilo ein Kreuzheben machen. Das kann ich locker hochziehen. Ich kann das auch um dann demonstrieren. Würde ich aber jetzt kreuzheben als Bodybuilder trainieren, dann verwende ich maximal 100 Gb. Weil sonst kann ich diese Modulationsspannung, diese Formungsspannung, die ich brauche, um meinen Körper auszuformen, die kann ich nicht mehr aufbauen. Okay. Sehr gut erklärt. Also mein Ziel ist es nicht, mein Wissen weiterzugeben, sondern euch weiterzugeben, dass auch andere ehemalige oder aktuelle Bodybuilder diese Erkenntnisse gemacht haben, damit ihr vielleicht Informationen darüber bekommt und nicht Lehrzeit herschenkt und gleich eher mit Kopf und Körper trainiert, anstatt mit Gewichten. Das ist eigentlich was wir sagen wollen. Ich werde die Fragen von den Abonnenten durchgehen. Ich wurde gefragt, wie wichtig ist die Ernährung zum Beispiel, um ein Bodybuilder zu sein? Es gibt im Bodybuilding, wie ich denke, in jedem Leistungsspannung im Bodybuilding ist es entscheidend. Der Körper schlechthin, unser fleischlicher Körper besteht ja nur aus Nahrung. Wir können nicht wachsen, wir könnten nicht vom Kind zum Mann werden oder vom Kind zur Frau werden, wenn wir nicht essen würden. Der Körper besteht aus Nahrung. Es gibt diesen alten Spruch, du bist, was du isst, den ich weitesten sehe, sind die Strömder. Wenn ich jetzt nur Buletten esse, dann habe ich einfach nur die Nährstoffe, die Baustoffe von Buletten, um meinen Körper, meine Knochen, mein Nervensystem, meine Muskulatur und so weiter aufzubauen. Ich brauche dementsprechend Grundnahrung, die richtigen Grundstoffe in der Nahrung, um meinen Körper aufzubauen. Denn Ertrag, du weißt selber, was nützt ist, mir der beste Architekt und der beste Maurer, der wirklich hervorragend arbeiten kann, wenn ich ihm kein Material gebe, womit er arbeiten kann. Er kann ja nichts aufbauen. Und wenn ich ihm nur Schrottmaterial gebe, wie will er ein schönes Haus aufbauen oder ein stabiles Haus? Er kann es nicht aufbauen. Desto besser das Material ist, dass ich die Maurer zur Verfügung stelle, desto besser kann er arbeiten. Letztendlich habe ich deine Frage endgültig zu antworten. Ernährung ist wahnsinnig richtig. Ernährung ist aber eines vom Tortenstück, ein Stück von drei Stücken. Es sind eigentlich drei Sachen, die ineinander gehen. Es ist die Ernährung, es ist das richtige Training und last but not least, es ist die geistige, mentale, emotionale, die Lebenseinstellung überhaupt, die du hast. Ohne Einstellung geht es gar nicht. Ich brauche heute die Einstellung, dann fange ich an zu trainieren und dementsprechend zu ernähren. Dann kommen wir in die Einstellung, wie ich mit mir umgehe und so weiter. Und das wächst die gegenseitig ergänzend, eigentlich in einer Spirale wächst das Ganze. Und so formt sich der Mensch, der Bodybuilder, wie immer alles. Auch sehr gut erklärt, drei Punkte, sehr, sehr wichtig. Man kann Bodybuilding machen, man kann sich gut ernähren, aber um ein Bodybuilder zu werden, gehört das dritte mit dazu. Da du jetzt gerade Training und so weiter angesprochen hast. Du bist ja ein Oldschool Bodybuilder, eher noch älter wie ich. Was würdest du Ganzkörpertraining für eine Beachtung geben, um natürlich Fortschritte zu machen? Nicht nur in seiner Form zu behalten, nicht kleine Fortschritte, sondern wenn du wirklich Bodybuilder werden willst, richtig aufbauen willst, kann man das auch mit Ganzkörpertraining schaffen. Also wenn du aussehen möchtest, wie ein richtiger Bodybuilder, wie wir es verstehen unter Bodybuilding, wird ja im Ganzkörpertraining auch so wie bis genetisch extrem prädestiniert, würde ich sagen. Ganzkörpertraining war ja das erste, wie früher die Athleten trainiert haben. Also früher, in den alten amerikanischen Schulen noch, zum Steve Riefszeiten und so weiter, da war es üblich, den ganzen Körper auf einmal zu trainieren. Man trainiert den ganzen Körper durch, meistens mit ein, zwei Übungen, meistens wurden Grundübungen ausgeführt. Man trainierte normal drei Mal in der Woche. Und dann später kam das, dass man den Körper splittete, dass man einen Zeit des Körpers an einem Tag macht, am anderen Tag am anderen Tag und das Ganze wird von vorne begangen. Also wurden aus diesen drei ursprünglichen Trainingstagen, bei früher in der alten Zeit trainierten alle Montag mit drei Tagen. Das war das ursprüngliche Training. Dann hat man das irgendwann gesplittet auf zwei Tage. Dann haben wir ein paar den Versuch gemacht, ja, wie ist es eigentlich, wenn man das nicht so macht, also nicht diese Regel befolgt, sondern wenn man versucht, das Ganze vielleicht sogar auf drei Mal zu splitten, auf vier Mal zu splitten. Und dann, das kam ja noch in einer Zeit auf, da war es noch üblich, dass jeder Muskel zweimal in der Woche trainiert wird. Und dann gab es dann ein paar Veteranen, ein paar Veteranen, die man gerne im Bodybuilding-Trainings und die haben sich gedacht, gut, ich trainiere ja bei Druckübungen im Trizeps mit, bei Zugebungen im Bizeps mit. Ich versuche das jetzt mal ganz anders. Ich versuche jetzt nur den Muskel einmal in der Woche zu drücken, jeden Muskel einmal in der Woche und splitte meinen Körper mehr oder weniger nicht nur auf zwei Tage auf, auf drei Tage auf, sondern über die ganze Woche auf. Und auf einmal haben die einen unglaublichen Sprung gemacht, ja. Weil letztendlich ist es ja so, wenn ich heute, und ich kann heute jeden nehmen, egal wie belastbar er ist, wenn ich mit ihm den ganzen Körper durchmache, die Zeit, wo das dauert, die Energie, die dabei verloren geht, die nicht mehr zum Wachstum übrig bleibt, ja. Und am Schluss wird natürlich diese Motivation nicht besonders groß sein. Gehe ich jetzt mit dir her und ich sage, wir machen jetzt nur das, nur das, nur das, vier Elemente, die fassen wir zusammen, wir geben richtig Gas und machen das so effizient wie möglich, ja. Dann werden wir in diesen kurzen Elementen alle unsere Energie reinsetzen können. Und so funktioniert das normalerweise am besten. Das weiß auch jeder, der etwas anderes lernt, erschein. Wenn jemand Sprachen lernt, der weiß, wenn ich jeden Tag in einer bestimmten Sprache zwei, drei Sätze fest intus habe, bei 365 Tagen im Jahr, da komme ich ziemlich weit. Versuche ich einen Tag lang 20 Sätze zu lernen und so weiter, das wird schnell zu viel. Also normalerweise mit einem Ganzkörpertraining, um die Frage jetzt zu beantworten, ja, bis zu einem gewissen Punkt, Backkampf-Bodybuilding-mäßige Muskeln aufzubauen, nein. Sehr gut beantwortet, bin ich der gleichen Meinung. Gibt es ein erfolgsversprechende Split Art oder muss jeder selber für sich das ausmachen, auf wie viel er teilt? Es gibt kein Erfolgsprinzip in diesem Sinne. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist individuell anders. Was er braucht, er braucht vor allem einen guten Trainer, wenn er anfängt, er braucht einen sehr guten Trainer, der den Blick hat, den er selber noch nicht hat. Der ihm sagen kann, was macht er falsch, diese kleinen Griffkniffe, diese kleinen Tricks. Aber normalerweise kann man sagen, wenn man richtig trainiert, wenn man richtig gut trainiert, unter guter Anleitung, reicht es, jeden Muskel einmal in der Woche zu trainieren, selbst den Bauch, selbst die Waden, das reicht. Wenn du es richtig machst, dann ist das eigentlich generell das Grundkonzept des Erfolges. Es gibt aber bestimmt welche, die sagen, okay, Frauen zum Beispiel, die sagen, okay, ich träge einmal den Po alleine, dann Oberschenkel, Quadrizeps mit Po zusammen, aber Po mehr in zweiter Linie und einmal die Beinlückseite, speziell wiederum den Po, das gibt es. Oder andere sagen, okay, bei dem Baden brauche ich zweimal, bei dem Bauchbar brauche ich zweimal, da kann man dann individuell ein bisschen unterscheiden. Aber wie gesagt, da gehört ein guter Brenner dazu, der sobald dein Auge drauf hat und sagen kann, okay, pass auf, bei dir ist es besser, du machst das so und das so und das anders. Aber generell einmal in der Woche reicht. Also jeden Muskel einmal die Woche meint er, machen wir auch und wenn zweimal vollkommt, ist auch nicht schlimm, vor allem wenn man irgendwas für sich noch entdecken möchte, kann man die Schwachstellen vielleicht zweimal hernehmen, wobei da auch nicht garantiert ist, weil man zweimal macht, besser, dass man besser aufbauen kann. Also das musste jeder sich selber ausprobieren. Also es gibt keine Split, der deinen Erfolg erhöhen wird, sondern es gibt Trainingsart, Trainingspensum, die euren Erfolg beeinflussen wird. Dann geben wir ein paar Tipps für die Anfänger. Als Anfänger, wie würdest du anfangen oder wie hast du angefangen? Ich meine, wir haben bestimmt am Anfang auch viele Fehler gemacht, aber da wir eben lange dabei sind, haben wir diese Fehler erkannt und das können wir frei hier sagen. Ich glaube, ich gehe immer so vor, ich weiß nicht, wie du sagst, ich sage immer wieder, wenn ich nach Stuttgart fahren möchte und mein Auto eine gewisse Temperatur erreicht hat und die Autobahn ist frei und ich möchte so schnell wie möglich nach Stuttgart fahren. Also sage ich nicht, nee, ersten 100 Kilometer fahre ich nur mit 100 und dann gebe ich volle Pulle, damit ich schnell ankomme, sondern ich fahre so schnell es möglich ist, damit ich so schnell wie möglich dort ankommen kann. Also so ist meine Methode. Ich sage, ob Anfänger oder fortgeschrittener Athlet, man muss das Machbare machen, um Erfolg zu haben und sich selber keine Grenzen setzen, weil der oder das da und dort gestanden ist. Wie denkst du da? Ich gebe den Großen und Ganzen recht. Ich sehe das ganz genauso. Aber man muss natürlich schauen, mit diesem Konzept des Gasgebens. Da muss man sehr gut aufpassen. Stell dir vor, jemand fährt hinterher und denkt sich, okay, Erdschern hat die Strecke frei und der fährt jetzt Erdschern hinterher. Es kann sein, dass Erdschern ein besseres Auto hat, eine bessere Maschine hat, dass er seinem Fahrzeug besser beherrscht und es kann sein, wenn der andere sich jetzt dranhängt an Erdschern, dass er Probleme bekommt, um mitzuhalten, verhindert sich sogar in Gefahr. Es ist individuell immer verschieden, was man unter Gas geben insgesamt versteht. Grundlegend kann man sagen, es ist so, wenn ein Mensch, und das weißt du, Erdschern, das ist in allen Dingen so, wenn ich maximal viel esse, wenn ich maximal viel trainiere, wenn ich maximal viel was weiß ich was mache, dann bin ich immer an der Grenze, dass ich ausbrenne. Ich denke, dass das beste Prinzip ist, man belastet sich oder lässt sich durch seinen Trainer in einen Bereich führen, wo man nicht gegen die Wand stößt. Also nicht im Leistungsbereich, nicht in der Diät, nicht gegen die Wand stößt. Mein Ding ist ein Konzept, das nämlich mache 70% 100%. Was ich damit meine, ist das, ich werde in einem Bereich von 70 bis 80% verbessere ich mich so weit, dass die 70 bis 80% irgendwann diesen früheren 100% entsprechen. Also ich gehe nicht zur Grenze. Denn jeder Athlet macht die Erfahrung, gehe ich jetzt immer im Training zur Grenze. Ich bekomme ganz extrem die Gefahr, dass ich ausbrenne. Ich kann das über einen kurzen Zeitraum machen, aber über einen langen Zeitraum ist das wahnsinnig gefährlich. Ich muss mich steigern, aber eigentlich ist es egal, steigere ich mich im maximal 100%-Bereich oder steigere ich mich so, dass ich die 70% zu 900% mache und zurück mehr oder weniger die Wand in meine Wettbewerbsung. Ich versuche jetzt scheinbar, wenn ich auf eine Wand zugehe und stoße nicht dagegen, sondern lasse einen gewissen Abstand, wo ich sie gut im Auge habe und gehe so langsam weiter, dass die Wand von mir zurückweicht. Aber ich lasse immer, ich gehe nicht an die Grenze. Das ist mein Konzept. Auch ein Konzept. Also ich habe so gemeint, dass natürlich jeder für seine Voraussetzung das Beste versuchen muss. Das heißt nicht, weil jemand fortgeschritten ist, einen was weiß ich was für Bodybuilder, der zehn Jahre trainiert und der Anfänger gleicher machen muss für sich. Erstens könnte er das Gleiche nicht machen. Zweitens ist Versuch auch fatal. Der kann sich, wie du gesagt hast, in diesem Ding wehtun. Also ich meine, wenn ich ins Studio gehe und ich bin 15 Jahre alt und ich will gut trainieren, dann lasse ich mir von niemandem nehmen, dass ich nicht gut trainiere. Sagen wir mal, ich kann 50 Kilo bewegen und weil jemand gesagt hat, anfangen drückt man nur 20 Kilo. Das bringt in diesem Fall nichts. Das ist Gleiche. Genau. Also auch eine eigene Art dabei zu entwickeln ist sehr, sehr wichtig für die Anfänger, die kommen rein. Manche sagen, mach 20 Wiederholungen, manche sagen, mach 5 Minuten Pause. Also man muss auch selber sich entwickeln. Bodybuilding heißt ja Body bilden, aber in diesen Dingen musst du auch dein Geist bilden, das was dir gut tut. Natürlich. Oder? Da sind wir auch eins, glaube ich. Dann nächste Frage. Aber ganz kurz noch dazu. Du weißt, die meisten deiner Schüler, wenigstens am Anfang, wie sie das wirklich von innen raus selber wollen. Die bedürfen das, dass man sich ein bisschen schiebt in die richtige Richtung. Die brauchen ein bisschen andere. Aber du wirst wahrscheinlich auch einen von 10 Schülern haben, der neigt dazu zu übertreiben. Die muss man eher ein bisschen einbremsen an das, meine ich. Auf jeden Fall. Also jeder muss normalerweise dieses Maß finden. Und das drückt, finde ich sehr gut, ein alter Film von Arnold aus. Einer seiner ersten. Und das war auch symbolisch gemeint. Und du kennst diesen Film mit Sicherheit. Das war dieser Film Stay Hungry. Also bleib hungrig. Wenn du einen Menschen übersättigst, egal in was, im Training, in Ernährung, in Diät und so weiter, dann wird diese Neigung aufzuhören, nicht mehr zu wollen, nicht mehr zu können. Einfach Kopf runter. Es geht nicht mehr. Du wirst mich in diesem Punkt erreichen. In diesem Punkt erreiche ich bei jeden Menschen. Ich kann jeden Menschen so weit fordern, dass er fast kaputt geht. Und das ist ja die Aufgabe von uns als Trainer, dass wir einen Menschen durchaus antreiben, aber auch nicht übertreiben lassen. Und das war eigentlich das, was ich damit gemeint habe. Dieses Bilanzplan, diese Differenzierung. Genau. Ich habe sehr gut verstanden, wie du gemeint hast. Ich finde, man kann Energie in falsche Richtung einsetzen oder in die richtige Richtung. Und man sollte, wenn man die Energie hat, dann sollte man in die richtige Richtung einsetzen. Aber ich bin prinzipiell gehabt, der liebt gut zu trainieren, der liebt hart zu trainieren. Wenn wir stärker werden wollen, innerlich wie äußerlich, müssen wir uns stark machen. Ich kann nicht spielen und stark werden. Unmöglich. Unmöglich. Genau. Und deswegen habe ich das so formuliert. Gerhard, es ist eine Frage da, wie kann man am besten seine Muskeln spüren. Ich glaube, das müssen wir vorführen, weil jede Übung ist eine andere. Das müssen wir machen. So Gerhard, danke für deine Zeit. Ich meine, wir haben ein bisschen analysiert. Wir müssen natürlich da auch üben, weil Gerhard ist für mich ein lebender Lexikon. Also wir können da sehr, sehr viel Wissen noch rausholen, eine Schatzkiste. Aber die Fragen sollten vielleicht gezielt gestellt werden. Ihr könnt unten alle Fragen stellen. Dann gehen wir die Fragen auch ein. Vielleicht kann sogar Gerhard, wenn ihr das Video anschaut, auch da ein bisschen Fragen beantworten von seiner Seite. Das ist unser Interesse. Und ich finde, das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Er hat eine andere Formulierungsart. Meiner Meinung nach noch bessere Formulierungsart wie meine. Er stellt einen Menschen nachdenklich dar. Und wenn man über eine Sache nachdenkt, dann hat man ihn erreicht. Also, oder du hast ihn erreicht. Wenn man jemanden zum Nachdenken bringt, dann hat man eigentlich das gesagt, was man sagen wollte. Wenn das Ding los, vorbeigeht, dann hat man das nicht rein. Wir haben 30 Jahre unseres Lebens in diese Materie reingesetzt. Glaubt mir Leute, wenn ihr reden anfängt, geht für mich alles auf. Weil meine Philosophie, ohne zu wissen, was die anderen für Philosophie haben, ist zu einsam. Und wenn ich dann höre, was für Philosophien du oder der andere und der andere auch noch hat, der 30, 40 Jahre lang in dieser Materie sich beschäftigt, dann blühe ich auf. Dann weiß ich ganz genau, dann habe ich doch genau diese Level auch erreicht. Und dafür bin ich dankbar, dass du hier bist. Und genau diese Dankbarkeit möchte ich auch den anderen weitergeben, dass die Leute sehen, dass hier, wie soll ich sagen, die Geschichte des Bodybuildings nochmal aufgerollt wird für die jungen Leute, dass die das auch ein bisschen verstehen, was überhaupt Bodybuilding ist. Bodybuilding ist viel tiefer, als man von außen annimmt. Bodybuilding ist sehr viel. Bodybuilding ist eine Kunst, es ist ein Sport, es ist eine Lebenseinstellung. Bodybuilding umfasst genau genommen eigentlich alle Bereiche des Lebens schlechten. Denn wir haben schon privat mal darüber gesprochen, für mich ist jeder Mensch ein Bodybuilder. Für mich ist auch ein Alkoholiker ein Bodybuilder oder ein Drogensüchtiger ein Bodybuilder oder einer, der sich nur von Dreck ernährt. Im Endeffekt betreibt er natürlich unbewusst, er betreibt Bodybuilding. Er kommt in diesen Zustand, in den er ist, derzeitlich ist, er kommt ja nicht mit den Fingerstippen vor, von heute auf morgen. Er muss ja jahrelang, in Anführungszeichen, da hinarbeiten, um sich in diesen Zustand zu begeben. Also Bodybuilding kann so runter gehen, das kann so rauf gehen, das kann in alle Bereiche gehen. Und es umfasst letztendlich alle Lebensbereiche. Jeder Sportler, jeder Tennisspieler, Fähigkeitssportler, der sich eine Fähigkeit aneignet, wie gute Schifern und wie auch immer, betreibt in meinen Augen Bodybuilding. Im weitesten Sinne ist das Bodybuilding. Er bildet seinen Körper aus zu einer gewissen Fähigkeit. Oder er bildet seinen Körper aus, dass sein Lebenssystem abhängig wird vom Alkohol. Oder er bildet seinen Körper aus, dass er mit seinem Körper wunderbar zurechtkommt. Jeder Mensch macht im weitesten Sinne Bodybuilding. Also Bodybuilding umfasst wahnsinnig viel, das waren deine Worte beim ersten Gespräch. Bodybuilding geht, auch wenn man es Jahrzehnte lang betreibt, in eine Tiefe, die wir langsam anfangen, ermessen zu können, wie weit das noch geht. Das ist eigentlich, das ist eine unendliche Geschichte. Sehr, sehr gute Schlussrede, Freunde. Genau das gefällt mir, wie er erklärt. Er hat, sage ich nochmal, ganz eine andere Aufklärungsart und die gefällt mir. Euer Pumping Ercan. Wenn ihr Daumen hoch setzt, sehen wir, dass euch dieses Video gefallen hat. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir werden nicht rumspinnen, rumspinnen, um euren Like zu haben. Sondern wir werden das sagen, was wir fühlen und was wir gefühlt haben, all die Jahre. Euer Pumping Ercan. Ihr könnt mich auch auf Instagram oder Facebook abonnieren oder folgen. Ansonsten einen Daumen hoch und weiterhin treu zuschauen. Euer Pumping Ercan. Ciao, Freunde. Ich habe etwas hinterher. Alles gut, gut lief.